Ja, servus ihr Lieben. Ich bin jetzt bei Lichtblicke Seniorenhilfe in München. Das ist eine großartige Organisation, gegründet von meiner Freundin Lydia Staltner, die sich um die Ärmsten und Schwächsten in unserer Gesellschaft kümmert. Und zwar diejenigen, die keine Lobby haben. Das sind unsere Senioren. Und in dieser Corona-Zeit leiden die am allermeisten, weil viele Deutsche Deppen wieder den Leuten alles wegkaufen. Vor allem die Sonderangebote und die Leute dann teilweise Lebensmittel oder auch Medikamente sich nicht mehr leisten können. Deshalb werden so Lebensmittelkisten gebaut, bis zu 1000 in der Woche durch die Unterstützung von einigen Spendern und ich hoffe auch von euch. Also ich unterstütze Lichtblicke Seniorenhilfe seit Jahren und ich kann sagen, jeder Sender kommt dahin, wo er hingehört. Bitte helfen!